Achtung Helfer, Achtung Fahrer, in der nächsten 10 Sekunden. Start! Achtung! Achtung! Oh, oh. Oh, oh. Ah. Oh, oh. Oh, oh. ... ... ... Die Führung der Händler und Schüttmann, das macht ein Kinderschaftsplan, das gemeinsame Fahrzeug. Hier haben wir heute mit der Röhre-Sprache an. Hier haben wir natürlich die Führung eingestellt. Am liebsten an der Röhre-Geschwindigkeit. Das ist klar, dass wir das machen, dass wir hier nicht regelmäßig im Umfeld werden. Wir werden hier auch noch eine kleine Strecke lang Platz ausspielen. Wir werden hier eher speziell die Strecke anbrennen. Wir werden hier im Umfeld angreifen. Wenn man offenbar die Röhre-Geschwindigkeit aufgeschafft wird, Herr Riff, der Außen- und Aufrufe kommt, jetzt liegen wir in der Spitze die 100 km und 20 km. Hier haben wir vom Führer-Geschwindigkeit, vom Kilo. So, das macht aber nichts. Also, wenn wir das mal so reinbekommen machen, das haben wir schon 8,2 Sekunden vorhanden. Auf dem Führer-Geschwindigkeit. Das ist das Fahrzeug. Das ist 8,2 Sekunden. Ja, das ist weiß. Für die Auge. Dann sind wir an der Spitze. Dann haben wir jetzt eine gute Zeit. Das ist ein Vorschlag. Ein Vorschlag. Und den Schnellstromen. Das ist das für Leben. Dann nehmen wir zum Kochen- und Aufrufe. Dann ist das Rundflugplatzieren. Jetzt haben wir ein Rundflugplatziert. Die Informatoren, welche Tino kann mit seinem Fahrzeug eine Sekunde pro Rundesteller fahren und melden. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank.